Und er fing aber mal an zu lehren am Meer, und es versammelte sich viel Volk zu ihm, also, dass er musste in ein Schiff treten und auf dem Wasser sitzen, und alles Volk stand auf dem Lande am Meer. Und er predigte ihn lange durch Gleichnisse, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen, Höre zu, siehe, es ging ein Seemann auszusehen, und es begab sich, indem er säte, fiel etliches an den Weg, da kamen die Vögel unter dem Himmel und fraßen es auf. Etliches fiel in das Steinige, da es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum, dass es nicht tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und die, weil es nicht Wurzel hatte, verdorrte es. Und etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor, und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und etliches fiel auf ein gutes Land, und brachte Frucht, die dazu nahm und wuchs. Und etliches trug dreißigfältig, und etliches sechzigfältig, und etliches hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und da er allein war, fragten ihn um dieses Gleichnis, die um ihn waren, samt den Zwölfen. Und er sprach zu ihnen, Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reichs Gottes zu wissen. Den aber draußen widerfährt es alles durch Gleichnisse, auf dass sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, auf dass sie sich nicht dermal einst bekehren und ihre Sünden ihnen vergeben werden. Und er sprach zu ihnen, Versteht ihr dieses Gleichnis nicht, wie wollt ihr denn die anderen verstehen? Der Seemann seht das Wort, diese sind es aber, die an den Weg sind, wo das Wort gesät wird, und sie es gehöret haben. So kommt also bald der Satan und nimmt weg das Wort, das in ihr Herz gesät war. Also auch die sind es, die aufs Steinige gesät sind. Wenn sie das Wort gehöret haben, nehmen sie es bald mit Freuden auf und haben keine Wurzel in ihnen, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so ärgern sie sich also bald. Und diese sind es, die unter die Dorn gesät sind, die das Wort hören. Und die Sorge dieser Welt und der betrügerische Reichtum und viele andere Lüste gehen hinein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Und diese sind es, die auf ein gutes Land gesät sind, die das Wort hören und nehmen es an und bringen Frucht, etliche dreißigfältig und etliche sechzigfältig und etliche hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, Zündet man auch ein Licht an, dass man es unter einen Scheffel oder unter einen Tisch setze? Mitnichten, sondern dass man es auf einen Leuchter setze. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, und es ist nichts Heimliches, das nicht hervorkomme. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, Seht zu, was ihr höret, mit welcherlei Maß ihr messet, wird man euch wieder messen, und man wird noch zugeben euch, die ihr dies höret. Denn wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird man nehmen, auch das er hat. Denn die Erde bringt von sich selbst zum Ersten das Gras, danach die Ehren, danach den vollen Weizen in den Ehren. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und er sprach, Wem wollen wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welch Gleichnis wollen wir es vorbilden? Gleich wie ein Senfkorn, wenn das gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, so nimmt es zu und wird größer, denn alle Kohlkräuter und gewinnt große Zweige, also, dass die Vögel unter dem Himmel unter seinen Schatten wohnen können. Und durch viele solcher Gleichnisse sagte er ihnen das Wort, nachdem sie es hören konnten. Und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, aber in Sonderheit legte er es seinen Jüngern alles aus. Und an demselben Tage des Abends sprach er zu ihnen, Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er im Schiffe war, und es waren mehr Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und warf die Wellen in das Schiff, also, dass das Schiff voll ward. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir verderben? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig und verstumme! Und der Wind legte sich und ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, Wie seid ihr so furchtsam, wie, dass ihr keinen Glauben habt! Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, Wer ist der? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam! Und sie kamen jenseits des Meeres in die Gegend der Gadarena. Und als er aus dem Schiff trat, lief ihm alsobald entgegen aus den Gräbern ein besessener Mensch mit einem unsauberen Geist, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und niemand konnte ihn binden, auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten abgerissen und die Fesseln zerrieben und niemand konnte ihn zähmen. Und er war alle Zeit, beides Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern schrie und schlug sich mit Steinen. Da er aber Jesum sah von Ferne, lief er zu und fiel vor ihm nieder, schrie laut und sprach, Was habe ich mit dir zu tun, o Jesu, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälest. Er aber sprach zu ihm, Fahre aus, du unsauberer Geist von dem Menschen. Und er fragte ihn, Wie heißt du? Und er antwortete und sprach, Legion heiße ich, denn unser ist viel. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus derselben Gegend triebe. Und es war da selbst an den Bergen eine große Herde Säue an der Weide. Und die Teufel baten ihn alle und sprachen, Lass uns in die Säue fahren. Und alsobald erlaubte es ihn Jesus. Da fuhren die unsauberen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürzte sich mit einem Sturm ins Meer. Ihrer waren aber bei zweitausend und ersoffen im Meer. Und die Sauhürden flohen und verkündigten das in der Stadt und auf dem Lande. Und sie gingen hinaus zu sehen, was da geschehen war. Und kamen zu Jesu und sahen den, so von den Teufeln besessen war, dass er saß und war bekleidet und vernünftig, und fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, sagten ihnen, was dem Besessenen widerfahren war und von den Säuen. Und sie fingen an und baten ihn, dass er aus ihrer Gegend zöge. Und da er in das Schiff trat, bat ihn der Besessene, dass er möchte bei ihm sein. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, Geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen, wie große Wohltat dir der Herr getan und sich deiner erbarmet hat. Und er ging hin und fing an auszurufen in den Zehn Städten, wie große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Und da Jesus wieder herüberfuhr im Schiff, versammelte sich viel Volk zu ihm und war an dem Meer. Und siehe, da kam der obersten Einer von der Schule mit Namen Jairus. Und da er ihn sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, Meine Tochter ist in den letzten Zügen, du wolltest kommen und deine Hand auf sie legen, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm und es folgte ihm viel Volks nach und sie drängten ihn. Und da war ein Weib, das hatte den Blutgang zwölf Jahre gehabt und viel erlitten von vielen Ärzten und hatte alles ihr Gut darauf verzehret und half ihr nichts, sondern vielmehr ward es Ärger mit ihr. Da die von Jesu hörte, kam sie im Volk von hinten zu und rührte sein Kleid an. Denn sie sprach, Wenn ich nur sein Kleid möchte anrühren, so würde ich gesund. Und eisobald vertrocknete der Brunnen ihres Blutes und sie fühlte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage war gesund geworden. Und Jesus führte eisobald an sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war und wandte sich um zum Volk und sprach, Wer hat meine Kleider angerührt? Und die Jünger sprachen zu ihm, Du siehst, dass dich das Volk drängt und sprichst, Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Das Weib aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wußte, was an ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh hin mit Frieden und sei gesund von deiner Plage. Da er noch also redete, kamen etliche vom Gesinde des Obersten der Schule und sprachen, Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte bald die Rede, die da gesagt ward und sprach zu dem Obersten der Schule, Fürchte dich nicht, glaube nur! Und ließ niemand ihm nachfolgen, denn Petrum und Jakobum und Johannem, den Bruder Jakobi. Und er kam in das Haus des Obersten der Schule, und sah das Getümmel und die da sehr weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, Was tummelt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn, und er trieb sie alle aus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, da das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihr, Talita Kumi, das ist verdolmetscht, Mäglein, ich sage dir, steh auf! Und eisobald stand das Mäglein auf und wandelte. Es war aber zwölf Jahre alt, und sie entsetzten sich über die Maße, und er verbot ihnen hart, dass es niemand wissen sollte und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Sei achtsam! Die Schlange enttarnt ihresgleichen nur, damit sie dein Vertrauen gewinnt. Sie offenbart die Listigkeiten ihrer Artgenossen, um dich zu umgarnen und mit denselben Betrügereien einzuwickeln. Puh! Danke für die Rettung! Sei wachsam! Schlangen sind listiger als alle Tiere des Feldes.